hallo herzlich willkommen ladies and gentlemen bei einer minecraft adventure map mit dabei michael hallo ja bin da und ich nils der einzige der nicht aufnimmt der die anmoderation macht wir spielen die adventure map kartoffel kartoffel der lost potato 1 genau so lost potato chapter 1 und da sind zwei regelbücher drin die nächstes am besten ihr weil ihr aufnimmt will jeder eins lesen ja dann ist ich gleich wieder vor ihr fangt an okay äh warte rules do not place blocks do not cheat don't change game mode you can break any blocks you can on adventure mode have fun warte seite zwei if you play the map with others always day don't wander away especially when you have to solve puzzles ja ich habe irgendwas von wegen geschichte glaube ich also seite eins und zwei horse tutorial in the certain points of the map if you want to continue with your horse or donkey you might have to either get uh in the horse or dismount it and tie uh what tie a lead to it so you can fit into smaller rooms on places okay with a mod uh quatsch with a mob on a lead right clicking uh onto fans will attach any leads leads ficken you are holding to the fence with a visible knock alter wer schreibt so n scheiß gut ist mir egal kommt wieder rein kann noch mehr okay ich jetzt dran the lost potato chapter 1 client settings recommended resource pack ich habe keins drin was ihr drin habe weiß ich auch nicht also den sparkler text effect drin ja ich weiß ich doch this is the multiplayer version of the map for vanilla one six only no one seven ich glaube ich bin zu meinen man selbst hier in der scheiß drauf choose difficulty clouds off render distance normal brightness 80 prozent john smith legacy don't play this on single player server settings read the text file and press start so zauber für eine schwierigkeit ich würde sagen normal oder ja musst du dir drücken nee gut nein so start ok ok ein wunderschönes haus hier oh ja unter truhe ich habe ein buch dream jetzt nicht dran los you are dreaming weren't you guards taking you a castle a prison and they talk about your execution it seems it was all a dream luckily you are back at your nice little house enjoying peace and quiet ok 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 ich habe nicht zugehört war es war es wichtig ok ich habe das geträumt oder wächter haben dich in ein schloss gebracht in ein gefängnis und sie haben über deine hinrichtung gesprochen sieht so aus als war es nur ein traum glücklicherweise bist du zurück in deinem kleinen haus genießt den frieden und die stille ok jetzt fertig gelesen und auf noch mal wieder nicht zugehört wohnen jetzt kiste see you later buch 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 soll ich vorlesen ich übersetze auch direkt wenn du das nicht möchtest das ist weggeworfen nicht zu dritt guck mal da unten da steht ein name jetzt irgend eine pc oder so arkan signifikiert blöhl Non you vom haben keine zeit zum leisen WTF? Wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? AAAAAAAH Will you help about a minute to get out of this room before it burns down? Prince Dolary blablabla Weck ihn! Wohin? Wohin? Nein, nein, an der Kasse. Wohin sind wir hin? Toll ey, der sagt dir in dem Buch, dass wir eine Minute haben. Nein, wir brauchen ja fünf Minuten zum Lesen. Ist das echt? Okay. Okay. Oh nein. Oh fuck. Wohin? Ich hab erfolgreich das Inventar geöffnet. Ich auch. Ich kenne doch auf dem Baum hier. Ich glaub... Ne, hier ist Glas. Ich geh auf das Haus. 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 Aufs Haus? Bisschen wir aufs Haus gekommen. Hochklettern. Wenn wir doch im Alter ruckeln müssen. Oh mein Gott. Ich hab keine Ahnung wo wir hin müssen. Ist das auf dem Haus richtig oder was? Nö, jetzt nix. Das ist nix. Das macht grad auf. Oh mein Gott. Vielleicht ist im Haus noch irgendwas. Waren wir schon im Bauer? Ja, möglich. Waren wir schon im Haus? Ne. Ja, kommen wir doch her. Vor allem kommen wir da auch nicht mehr rein. Oh. Ja, kommen wir doch her. Ja, stimmt. Wo geht's denn hier weg? Ich weiß es nicht. Ich hab da hinten nur einen Klassenboden gesehen, wo ein Weg war, aber da kommen wir ja nicht durch. Vielleicht müssen wir zu dem Typ da unten. Ja, möglich aber. Wie, wie kommen wir denn da hin? Müssen wir ins Haus? Aber im Haus brennt auch alles. Ja, da waren wir ja schon im Haus. Ja, vielleicht geht's doch im Haus weiter. Kann natürlich sein. Weil irgendwie geht's ja nirgends woanders weiter. Oder wir haben die Map jetzt schon verkackt. Ja. Aber ne, das wird ziemlich beschissen gemacht dann. Ich hab keine Ahnung, ey, hier ist nix. Wir müssen sowieso zu diesem NPC. Vermutlich schon. Ja, wahrscheinlich nicht, aber... Aber wo? So, der Baum fackelt auch gerade ab. Also kommen wir nicht mehr aufs Dach. Also aufs Dach kommen wir... Aua. Doch, wir kommen noch aufs Dach. Hier. Wir haben eine Minute, also muss sich ja der Ausgang verschließen. Ja, ich glaube, wir sind da bei der Lava. Neu. Springen wir durchs Glasloch. Da kann man durch? Ja, einfach einfach das Glas zerstört. Nee, durften wir nicht, wa? Nein. Ich glaub' nicht. Sehr gut. Ups. Only switch when you finish reading. Ja, ihr seid auch toll, ey. Der NPC bewegt sich. Ja, ich dachte, das bucht da. Hallo? Dann hab' ich geöffnet. Weil im Haus ist auch nichts. Achtung, Loch. Loch. Also irgendwie haben wir das hier hart verkackt. Ja, würde ich auch so sehen. Scheiße. Geht gut los, die Map. Egal, dann geht's bestimmt da. Du meinst euch das Glasloch. Da steht doch, du musst doch erstmal die Tür aufmachen, um überhaupt lesen zu können. Du kannst doch nicht erst sehen... Hä? Ja, ich weiß, die meinen das Buch hier drin. Wenn man damit fertig ist, soll man aufmachen. So versteh' ich das jetzt. Ja komm, dann folgen wir mal tossen in das Glasloch. Ich wollte gerade wieder rauskommen, deswegen. Ja, aber anders scheint es keinen Sinn zu machen, oder? Ja, weiß ich nicht. Game World 2 müssen wir sein, ne? Ja. Ja. Also ins Glasloch, alles klar. Oh Gott. Ah ne, jetzt krieg ich nochmal Schaden, ey. Ja, das sieht richtig aus. Hey, I'm ab hier im Wind. Ich bin fast tot. Redet das Schweinchen mit uns? Ja, weiß ich nicht. Anscheinend das ist, glaube ich, der NPC. Ja, wir mussten da durch. Ja. Wahrscheinlich haben wir eine Minute Zeit, dann ist das Glasloch wieder zurückgegangen, oder so. Das kann sein, ja. Durch so'n bisschen, oder so. Willkommen zu Death Row. Es bedeutet, dass uns, wenn ein unglaublichen Miracle ein random Stranger hilft dir, deinen Weg aus hier zu machen. Du wirst in zwei oder drei Tagen mit dem komplett innozenten Piglet in der anderen Zelle. Bitte geniessen deinen Tag. Also wir sind im Todestrakt und wir werden in zwei, drei Tagen hingerichtet, zusammen mit dem Schwein. Ich hab ne Holzachst. Lol, warum hab ich auf einmal so viel Schaden? Achso. Ich hab irgend... Ich bin hier... Ich bin hier hingegangen und hab ne Holzachst bekommen. Nice. Vielleicht war das der Plan. Always check hoppers to see if you can find something. Oh, ne Torch, ne Seil und noch ne Torch. Ja, das hab ich auch gesehen. Ja, aber ich hab ne Axt gesehen. Hier, 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 hier kannst du dich durchhacken. Dürfen wir wieder was kaputt machen? Weiß ich nicht. Ja, ich denk schon. Aber es gab ja, es gab ja ne Holzachst. Geht das? Ja. Nice. Ja, dann ist es sowieso dafür. Okay, es ist dunkel. Überlebe ich das? Ich hab zwei Teusches. Ich hab bloß vier Herzens, das überlebe ich nicht. Doch, das überlebst du. Ich seh. Alter. Ich kann nicht seh, ich seh ne Eisentür. Ich hab ne Leine und zwei Fackeln. Ich blente jetzt auf meine Fackeln. Ah, alles klar. Okay. Jetzt ist wieder hoch. Hier ist wieder so ein Ding, Michi. Das nicht wird aus dem Weg gehen. Wenn du die Axt abkriegst, bist du kaputt. Oh! Ja, ich glaube auch. Meine, meine Axt ist kaputt. War wahrscheinlich so geimpft. Wahrscheinlich solltest du es deshalb bloß aushalten. Ja. Oh. Lol, hier ist ein Schwein an der Wand. Ich hab ne Lehm gefunden aus... Darf man aus dem Trichter was rausnehmen? Alter. Da ist ein Trichter in der bestimmt. Ja, darfst du. Das stand da ja gerade. Ich hab ihn lieber gefunden. Oh fuck. Soll wir das Schwein mitnehmen? Sonderdurch. Darf ich jetzt Lehm. Lehm. Ein Lehm. Ding. Ich glaube, wir nehmen das Schweinchen mal mit, wa? Alter. Ich weiß gar nicht. Bild hier. Ein Lehm habe ich auch noch. Komm mit. Los Schweini. Nice. Der Laffel ist doch die Leine, schätze ich mal, oder? Ja, ich glaube auch. Nur woher. Die Leine steckt im Kopf. Hier die Tür aufmachen. Alter, voll geil. Aber das ist noch ein Babyschweinchen. Das können wir nicht mal schlachten. Nee, sollen wir auch nicht. Das ist ja mit uns im Todestrakt. Das soll ja auch hingerichtet werden. Ja, richtig. Aber er ist wegen groß und fettes. Thorsten, die hört mal wieder überhaupt nicht zu. Ne. Bin mal wieder ein bisschen abwesend. Lauft ihr mir hinterher, oder habt ihr in die andere Ecke mal reingekommen? Ne, ich lauf hier hinterher. Ne, wir laufen dir hinterher. Oh. Oh, das sieht richtig aus. Ruck, ruck. Wupp. 70 Minuten Spiel dauert die Web ungefähr. Also Chapter 1 zumindest. Okay. Ah, und ein Note 1. Eret und Clay. Oh, okay. 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 Dann müssen wir die erstmal finden. Ja. Ich weiß noch nicht, was ich mit meinem Leben machen soll. Ja, ich habe auch ein, ein Clay. Aber ich glaube auch, ich, ich habe auch einen Clay. Secret Room. Ein Secret Room? Ich glaube nicht, dass ihr weitergeht. Hier ist nämlich nichts. Ne, ich glaube auch nicht. Ne. Müssen wir woanders hin. Ja. Komm, Schweine. Man könnte das Schwein da unten durchschicken. Ja, aber für ist die Karotte, mit Karotten kann man doch Schweine zähmen, oder? Ja. Also füttern. Komm her. Ja. Zum Babys machen. Diesen Spinnenweben. Oh. Hier sind wir hergekommen. Nö, eigentlich muss es da lang gehen. Hm. Oder? Das ist doch scheiße. Das ist verwirrt. Da müssen wir jetzt durch die Spinnenweben, oder was? Ist da ein Blutnehmer? Ja, ist nix. Ach, ich weiß, was ich mit der Karotte machen kann. Na toll. Jetzt kann ich die Karotte gesnackt, ey. Ja, ich hatte Hunger. Oh, ich habe auch Hunger. Ich auch. Ich auch. Und ich habe bloß zweieinhalb Herzen. Ich glaube, ich weiß auch, wo es lang geht. Ja, das sieht richtig aus. Was machst du mit dem Schweine? Ziehst du einfach hoch, oder was? Ja, kommt mit. Das ist unten durchgelaufen. Ah, jetzt verstehe ich warum. Ah, nice. Oh. Ich bin runtergefallen. Na ja. Gameplay hint. Before you jump down in a hole, push the down first. Okay. Oh, Fisch. No, zwei. Und zweimal Fisch. Was für ein Loch? Also roher Fisch, ne? Hier ist kein Loch, aber das war jetzt so. Ach so. Okay. Ich lese mal im Note 2 vor, ne? Ja, mach mal. Und wir müssen ein Schwert suchen. Ein Schwert. Ein Schwert. Nein. Oh, Linkschwert. Oh, Linkschwert. Dann lasset uns ein Schwert suchen. Judiana. Ja. Rechts oder links? Rechts oder links? Rechts oder links? Rechts oder links? Hier ist es nicht. Links. Oh. Ja, rechts war falsch. Ja, siehste, wusste ich da auch. Hätten immer Autos nicht gehört. Hätten immer Autos nicht gehört. Ja, nächster Teil hört er gleich, ne? Dann wird das hier hoch. Hier ist ein Schwert. Zwei Stück sogar. Hey, Snack. Danke. Ja, dann snackt euch mal die Schwerter und dann... Müsst ihr mich jetzt beschützen, ja? Ja, okay. Ich hör Lava. Ja, ich auch. Ah. Indertat. Eine Indertat. Was tat der Inder? Eine Indertat. Woll, wo seid ihr denn? Ach da. Ja. Wir müssen irgendwo, äh, wahrscheinlich wieder so wie Grabe. Oh Gott. Wie geht's doch mal hier jetzt? Wir müssen planlos durch die Gegend laufen. Ja, wir sind im Gefängnis. Wo sind eigentlich die Wächter? Ach, die werden überbewertet. Also wir sind dabei hergekommen, ne? Ich wollte ja noch realistisch bleiben. Ja. Da sind wir doch. Ähm, ja genau, da sind wir hergekommen. Oh ja. Die Welt wurde gespeichert. Ich vermute, wir müssen durchs Glas, oder? Aber das darf ich eigentlich mal kaputt machen. Weil er hat uns eigentlich nicht gesagt, dass wir keine Gläser kaputt machen dürfen, oder? Weil wir gerade das Glas auch kaputt machen. Richtig. Oh. Hieß es nicht das Pick zuerst? Ja. Eigentlich schon. Komm her, Pick. Naja. Ja, ich hab ja auch das Pick alleine. Nein. Was denn? Mann, mein Kampf ist abgeschmiert.